Die Herausforderung heute ist ja eine steigende Variantenvielfalt. Es gibt immer mehr Teile, die sich teilweise auch sehr stark ähneln. Und das ist die Herausforderung an die Mitarbeiter, diese alle zu lernen, zu erkennen und im jeweiligen Augenblick zu unterscheiden, welches Teil muss ich jetzt wohin nehmen. Genau an dieser Stelle setzt unser schlauer Klaus an. Er unterstützt Mitarbeiter, indem er auf einem Monitor jeden neuen Arbeitsschritt anzeigt. Gezeigt wird das nächste Teil und die genaue Position, an die es gehört. Per Kamera und unserer Software wird überprüft, ob die Vorgabe genau erfüllt wurde. Anschließend erhält der Mitarbeiter ein optisches Signal – OK – und die Anweisung, was er als nächstes zu tun hat. So können Sie Ihre Mitarbeiter sehr flexibel einsetzen. Denn der schlaue Klaus leitet Ihre Mitarbeiter ganz einfach von einem Prozessschritt zum nächsten. Mit der intelligenten Bildverarbeitung können wir Produkte identifizieren. Dabei erkennen wir, um welches Produkt es sich handelt. Wir können Produkte zählen und wir können sie überprüfen. Entspricht alles den Vorgaben? Außerdem können wir sie auch messen. Passt der jeweilige Abstand oder ist das Maß des Teiles richtig? Unser Produktportfolio besteht nicht nur aus der Auswahl der richtigen Kamera, dem passenden Objektiv und der Beleuchtung, sondern wir betrachten auch sehr genau den gesamten Prozess. Nur so können wir eine Soft- und Hardware erstellen, die genau auf Ihre Anforderung abgestimmt ist. Für die Hardware haben wir einen bewährten Partner im Bereich Sondermaschinenbau, sodass wir Ihnen als Generalunternehmen eine fertige Komplettlösung aus einer Hand anbieten können. Mit dem schlauen Klaus sinkt Ihr Ausschuss gegen Null. Wir entlasten die Mitarbeiter. Wir sichern ihre Qualität ab. Das führt unweigerlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Und die Amortisation eines solchen Projektes liegt bei 14 bis 18 Monaten. Und die Amortisation eines solchen Projektes liegt bei 14 bis 18 Monaten.